Dass es in Europa große kurdische Auslandskommunities gibt, das ist nichts Neues. Ganz besonders hier in Deutschland gibt es viele Kurden, aber auch in Frankreich oder in Schweden oder in anderen europäischen Ländern. Aber, wusstet ihr auch, dass es in den USA einen Ort gibt, der als Little Kurdistan bezeichnet wird? Wo der liegt und was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt. Die Kurden werden oft als das größte staatenlose Volk der Welt bezeichnet und damit hat es auf sich, dass die Kurden keinen eigenen Nationalstaat haben, so wie die Deutschen Deutschland haben und so weiter. Und das bringt auch mit sich, dass die Kurden auf der ganzen Welt verteilt sind. Also man hat praktisch überall, auch außerhalb des Nahen Ostens, große kurdische Communities, mal mehr, mal weniger groß, sollte man dazu sagen. Und das hängt leider oft damit zusammen, dass es in dem Gebiet, das heute von Kurden im Nahen Osten bewohnt wird, dass es da immer wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen kam. Zwischen den Kurden und anderen Mächten oder auch innerhalb der kurdischen Gemeinschaft. Und das führte dazu, dass eben in sehr vielen Fällen die Auswanderung von Kurden durch eine Flucht begründet war. Also, dass viele Kurden, zumindest die Vorfahren von vielen Kurden, die heute im Ausland leben, geflohen sind vor Krieg und Vertreibung. Und so ist es auch mit der kurdischen Gemeinschaft in den USA. Die ersten kurdischen Migranten, die es im Westen, wenn man den so zusammenfassen möchte, gab, die gab es Anfang des 20. Jahrhunderts. Und da muss man sich ein bisschen die Geschichte kurz nach dem Ersten Weltkrieg anschauen. Das Osmanische Reich wurde besiegt. Es hat an der Seite von Deutschland und Österreich im Ersten Weltkrieg gekämpft und gehörte also zu den Verlierermächten. Und die Alliierten, also Frankreich, England und die USA, sahen vor, dass das Osmanische Reich, das ein Vielvölkerstaat war, dass das praktisch aufhört zu existieren. Dass es sich auflöst und dass die vielen verschiedenen Völker und ethnische Communities in diesem Reich die Chance bekommen, eigene Staaten zu gründen. Und so sah es auch mit den Kurden aus. Im Vertrag von Sevres, da war vorgesehen, dass die Kurden im, sag ich mal, im Osten der heutigen Türkei, in den heutigen Grenzen, dass die einen autonomen Status bekommen. Und dass diese Autonomie sich innerhalb von, ich glaube, einem Jahr, auf jeden Fall innerhalb von relativ kurzer Zeit, nach einer Volksabstimmung auch in eine staatliche Unabhängigkeit hätte verwandeln sollen. Da war der amerikanische Präsident Woodrow Wilson ganz, ganz weit führend. Der hat nämlich das Selbstbestimmungsrecht der Völker propagiert. Er meinte, dass jedes Volk das Recht haben muss, selbst einen Staat zu gründen und selbst über sein Schicksal zu entscheiden. Und in diesem Geist war dann auch die Idee geboren, dass es eine kurdische autonome Zone geben sollte und vielleicht später einen kurdischen Staat. Nun gab es dann aber die Events, die später als der türkische Unabhängigkeitskrieg bezeichnet wurden, Kemal Atatürk und so weiter. Und es kam dazu, dass dieser Vertrag nie umgesetzt wurde. Und dass die Kurden, wie es heute noch ist, über mehrere Staaten verteilt sind. Und dieser Zusammenbruch der ersten kurdischen nationalen Idee führte dazu, dass viele Kurden geflohen sind. Auch nach Europa, aber auch in die USA. Das war jetzt noch nicht so eine große Bewegung wie später, aber es war wahrscheinlich der erste Schritt einer Gründung einer kurdischen Community in den USA. Die zweite Welle, also die erste größere Welle dann, die kam in den 70ern. Die Kurden im Norden des heutigen Iraks haben sich damals gegen die Regierung in Bagdad aufgelehnt und es kam zu einem Krieg, dem kurdisch-irakischen Krieg, wie er heute benannt wird. Und damals flohen viele Menschen vor der Gewalt und vor dem Krieg auch in die USA. Und das war so praktisch die Geburtsstunde des Ortes, den man heute als Little Kurdistan bezeichnet. Denn die ersten Flüchtlinge, die ersten kurdischen Flüchtlinge, die in die USA kamen, wurden relativ planlos verteilt übers Land. Und einige davon kamen nach Nashville in Tennessee. Nashville kennen vielleicht die Country-Musik-Freunde unter euch. Das ist praktisch so die Hauptstadt der Country-Musik in den USA. Und im Laufe der Jahre haben dann immer mehr Kurden praktisch da ihre Zelte aufgeschlagen. Im übertragenen Sinne, es waren keine Zelte. Aber kamen eben nach Nashville und wollten dann auch, Neuankömmlinge wollten dann auch gezielt nach Nashville, weil eben dort schon viele Kurden lebten. Und weil viele sagten, dass die Natur und das Klima in Tennessee sie doch ein bisschen daran erinnert, von dem, was sie aus Kurdistan kannten. Und ein zusätzlicher Punkt, der dafür gesorgt hat, dass viele Kurden sich in Nashville, Tennessee wohlgefühlt haben, das ist die sogenannte Southern Hospitality. In deutschen und europäischen Medien, wenn wir von den US-Südstaaten hören, dann ist das meistens negativ und auch nicht ganz zu Unrecht. Denn in den Südstaaten gibt es natürlich noch ganz massiv das Erbe des Rassismus, der Sklaverei, des Bürgerkrieges und so weiter. Nicht nur in den Südstaaten, aber da besonders. Aber was manchmal vergessen wird, sind solche Begriffe wie Southern Hospitality. Das ist so das Klischee, dass die Südstaatler in den USA ganz besonders warm sind gegenüber Neuankömmlingen und halt eben diese Gastfreundschaft zeigen. Und viele von den Kurden, die damals dort hingekommen sind, haben genau das berichtet oder haben sich deswegen wohlgefühlt, weil sie aufgenommen wurden von der Gemeinschaft in Nashville, weil es kaum Anfeindungen gab und weil man eben dort die Chance hatte, so den ganz persönlichen American Dream zu leben. Und das ist nämlich auch ein großer Teil davon, von dieser Erfolgsgeschichte von Little Kurdistan in Nashville, Tennessee. Diese ganze Spirit der USA, weil die USA ein Einwanderungsland sind und weil sie eben nicht dieses, sag ich mal, Problem haben, was wir in Deutschland haben. Das ist eigentlich ein eigenes Video wert, das finde ich sehr interessant. Deutschland und andere europäische Staaten, die nicht ursprünglich Einwanderungsländer waren. Da ist es sehr schwer, eine Grenze zu ziehen. Was ist Deutsch? Also Deutsch ist einerseits ein Begriff für eine Ethnie, die Deutschsprachigen in ganz Europa. Aber auch gleichzeitig hat man ein Land, das nach dieser Ethnie benannt ist. Also eigentlich einen Ethnostaat aus dem 19. Jahrhundert. Und deswegen ist es schwer zu sagen, wer ist Deutsch? Weil man natürlich Deutsch als Bedeutung Staatszugehörigkeit hat, Staatsbürgerschaft und natürlich noch diese diffuse ethnische Verbindung. Das haben die USA jetzt nicht. Es gibt nicht die Ethnie Amerikaner. Wenn es die gäbe, dann wären es die Ureinwohner. Aber das sind ja die Native Americans im Sprachgebrauch. Deswegen ist Amerikaner mehr so dieser Gedanke, jeder kann Amerikaner werden. Es ist der Wille, der es auszeichnet. Wer Amerikaner werden will und in Amerika lebt, der ist Amerikaner. Und die Ethnie, das Volk, woher man eigentlich kommt, das widerspricht sich da nicht. Es gibt Italoamerikaner, es gibt irische Amerikaner, es gibt chinesische Amerikaner, koreanische Amerikaner, deutsche Amerikaner und eben auch kurdische Amerikaner. Die beide Identitäten gleichzeitig haben. Die sagen, ja, sie sind überzeugte Amerikaner, aber sie sind natürlich auch gleichzeitig Kurden. Und das ist in den USA ein sehr viel geringeres Problem als hier in Deutschland leider immer noch. Das wird sich vielleicht ändern, hoffe ich, aber momentan ist es noch so. Und das spielt natürlich auch rein, warum die Kurden und andere Geflüchtete oft gut in den USA ankommen und sich auch überaus gut integrieren können. Was auch immer integrieren meint. Aber zusammengefasst, das Little Kurdistan, das sich in Nashville gebildet hat, das kommt relativ gut an. Es gibt keine Konflikte und die Nashviller akzeptieren die Kurden, so wie die Kurden die Nashviller akzeptieren. Also eigentlich ein sehr nettes Beispiel für Völkerverständigung. In den späten 80ern und frühen 90ern kam es dann wieder zu einer Auswanderungswelle, einer Fluchtwelle aus dem Irak. Ihr kennt bestimmt den Anfallbefehl, die Anfallkampagne, darüber werde ich mal ein eigenes Video machen. Saddam Husseins Krieg und Völkermord gegen die Kurden. Und in den 90ern waren leider der kurdische Bruderkrieg, ein Bürgerkrieg innerhalb der beiden großen kurdischen Gruppen im Norden des Iraks. Auch wieder viele, viele Flüchtlinge nach Deutschland, nach Europa, aber eben auch nach Nashville. Und so wuchs und wuchs diese Gemeinde in Nashville, dieses Little Kurdistan, sodass man heute davon ausgeht, dass es etwa 15.000 Kurden in Nashville gibt. Und das bedeutet natürlich, dass es auch eine kurdische Infrastruktur gibt. Es gibt Kulturzentren, es gibt eigene Moscheen, es gibt mehrere eigene Supermärkte, wo kurdisches Brot gebacken wird, kurdische Süßigkeiten und so weiter. Es gibt einen eigenen Friedhof, es gibt Kinderspielplätze, einen eigenen kurdischen Kindergarten und, ganz wichtig, es gibt einen eigenen Fußballplatz. Denn, das ist natürlich auch der Culture Clash, die Amerikaner sind ja nicht so groß im Fußball. Die haben American Football, die haben Basketball, die haben Baseball und so weiter. Fußball ist jetzt nicht so die beliebteste Sportart da. Aber bei den Kurden, oder das ist jetzt verallgemeinert, aber meine Erfahrung ist, unter den Kurden findet man wirklich sehr, sehr viele Fußballfans. Also, ich habe es öfters mitbekommen und gehört, dass in Erbil, wenn da mal Barca gegen Real gespielt hat, Messi gegen Ronaldo, dass es da dann nach dem Ende des Spiels auch mal zu Schüssen kam, Freuden, Schüssen in die Luft, weil die Barca-Anhänger oder die Real-Anhänger gejubelt haben, dass ihr Verein gewonnen hat. Also, Fußball, große Bedeutung allgemein, sehr beliebt in der kurdischen Community, auch in den USA. Deswegen, die Kurden haben praktisch einen Fußballplatz nach Nashville gebracht. Und sichtbar wurden diese Kurden in Nashville, auch über die Grenzen von Tennessee hinaus, in den letzten Jahren. Nämlich gerade dann, wenn die, sag ich mal, Beziehungen zwischen den Amerikanern oder der amerikanischen Politik und den Kurden im Nahen Osten schwierig wurden. Und 2019 war das der Fall, als Donald Trump praktisch die Kurden in Syrien verraten hat, als er angekündigt hat, die amerikanischen Truppen zurückzuziehen, die auch als Schutz der Kurden dort stationiert waren und zugelassen hat, dass die türkische Armee in Nordsyrien einmarschiert, in Rojava und große Teile der von den Kurden beherrschten Gebiete erobert. Und damals kam es eben auch in Little Kurdistan zu Demonstrationen, die es bis in die deutsche Presse geschafft haben. Alles in allem, finde ich, das ist eine schöne kleine Geschichte, die zeigen kann, wie so Integration auch, sag ich mal, an ungewöhnlichen Orten funktioniert und wie man vielleicht manchmal Klischees überdenken kann. Also vielleicht Klischees, die Menschen dort in den 70ern gehabt haben könnten gegenüber Kurden, die auf einmal zuwandern, aber auch Klischees, die wir vielleicht gegenüber den Südstaaten in den USA haben. Es sind nicht alles nur beinharte Rassisten, die gibt es da leider auch, wie wir alle wissen, aber es gibt eben auch noch das andere. Und Little Kurdistan ist dafür ein schönes kleines Beispiel. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mehr von diesen Themen wissen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal, teilt dieses Video, kommentiert vielleicht, wenn ihr Fragen habt. Würde mir sehr Spaß machen, darauf zu antworten. Und das nächste Video gibt es hoffentlich in einer Woche. Ich freue mich auf euch und bis zum nächsten Mal.